Im Westen nichts Neues ist der Titel des heutigen Ausblicks und damit herzlich willkommen meine Damen und Herren zu eben diesem Ausblick. Viele kennen ja vielleicht den Antikriegsroman von Erich Maria Römer, im Westen nichts Neues. Wir haben hier an den Finanzmärkten im Westen immerhin zwei neue Dinge gesehen. Und das erste ist, dass die Amerikaner beginnen hier diese ganze Nordkorea Thematik wirklich ernst zu nehmen. Das war in der letzten Woche noch anders, da waren die US Futures tiefer, weil die Europäer irgendwie sich Sorgen gemacht hatten. Aber kaum waren dann die US Indizes auch im Kassahandel aktiv, dann ging es nach oben wie an der Schnur gezogen. Gestern war das komplett anders, da ist dieser negative Bias sogar, der in Europa leicht vorhanden war, sogar noch verstärkt worden. Wir sehen Verluste so stark im S&P etwa wie seit Mitte August nicht mehr. Also immerhin ist da durchaus was passiert. Es gab zwar dann noch im späteren Handel eine Erholung, aber das war eben nicht genügend, um hier die Verluste auch nur einigermaßen kompensieren zu können. Das war der erste Strang, das im Westen etwas Neues ist. Und mit dem Westen ist eben der US-Markt gemeint. Der zweite Strang, und auch der betrifft den US-Markt, hat aber globale Auswirkungen, wie eben die erste Geschichte. Die zweite Story waren die Aussagen von Brainard, diesem FED-Mitglied, das eigentlich den Demokraten nahesteht, aber etwas formuliert hat, was sehr wahrscheinlich innerhalb der FED durchaus sehr heiß diskutiert wird und möglicherweise fast schon vorentschieden ist. Brainard sagte nämlich faktisch, wenn die Inflation nicht ansteigt, wenn die Löhne nicht ansteigen, dann sollten wir sehr vorsichtig sein mit Zinsanhebungen. Gleichzeitig ist aber auch Brainard dafür, dass die Bilanzsumme reduziert wird. Und das ist für die Märkte natürlich eine schlechte Nachricht, dass erstens die Absicht klar ist, dass die Bilanzsumme reduziert wird. Und gleichzeitig eben auch klar ist, dass da irgendwas nicht wirklich stimmt. Brainard äußerte sich da ziemlich skeptisch zu manchen Dingen, vor allem zu Übertreibungen an den Finanzmärkten, zu Assetblasen. Und das hat die Märkte so ein bisschen erschreckt, hat vor allem den Dollar unter Druck gebracht, hat die Renditen für US-Staatsanleihen maßgeblich steigen lassen, etc. Hatte also große Auswirkungen. Wie geht die Geschichte heute weiter? Da schauen wir erstmal, was die Asiaten daraus gemacht haben. Dann sehen wir hier durchweg rote Vorzeichen, allerdings moderat. Wir sehen vor allem beim Nickel nur in Anführungszeichen minus 0,23 Prozent. Shanghai minus 0,28. Hongkong bekommt ein bisschen auf die Mütze mit einem Prozent Auszahl in minus 0,3 Prozent. Heute an Daten. Gestern war das ja dünn. Nur die Industrieaufträge aus den USA mit minus 3,3 Prozent. Aber einer der schlechtesten Werte seit Jahren, auch wenn das so erwartet war. Heute geht es zur Sache. Wir haben zunächst mal die Handelsbilanz aus den USA oder soll man schon sagen das Handelsbilanzdefizit. Man muss wahrscheinlich seine Uroma fragen, wann die USA das letzte Mal einen Handelsbilanzüberschuss erzielt hätten. Wir haben den Market PMI, also den Einkaufsmanager Index Dienstleistung im Viertel vor vier. Und wir haben dann vor allem den ISM Index. Das wird das zentrale Datum heute. ISM Index Dienstleistung. Das ist ja sozusagen der dominierende Sektor in den USA. Etwa 70 bis 80 Prozent der US-Wirtschaft bestehen nur noch aus Dienstleistung, nicht mehr aus Produktion. Daher wird der Markt hier sehr, sehr genau hinschauen. Und wir haben dann noch das Basebook, das allerdings um 20 Uhr, das allerdings immer unwichtiger wird in den letzten Jahren. 16 Uhr dann noch eine Zinsentscheidung der Bank of Canada. Das könnte interessant werden. Gehen wir rein in die Charts. Was kommt jetzt? Was ist zu erwarten? Was wird sich da abspielen? Wir sehen den DAX hier, wie er sich gestern präsentiert hat, mit diesem Anlauf auf den abwärts Trendkanalen, der letztendlich nicht gelungen ist, respektive das Überschreiten desselbigen. Knapp über der 12.200er Marke war Schluss. Und dann kam ein ziemlich saftiger Abverkauf von fast 200 Punkten, der nochmal vor der 12.030er Marke hat halten können. Wir sind dann eben mit den US-Indizes nochmal ein bisschen nach oben gelaufen, 12.070. Das war der XDAX-Schluss. Und in dem Sektor, in dem Bereich, werden wir etwa auch reinkommen. Wir sind also dann, wenn der XDAX um 8 Uhr eröffnet, etwa 40 Punkte von dieser wichtigen 12.030 entfernt, die hier diesen Doppelboden markiert, die immer wieder wichtig war. Wir haben dann noch eine letzte Aufwandmarke, vielleicht in dem Bereich 11.990. Da kann nochmal was halten, aber dann geht es wohl ungebremst in Richtung 11.865, dieses Verlaufstief. Meine Prognose ist, dass diese 12.030 früher oder später fällt, vielleicht früher, und es dann weiter tendenziell Richtung nach Süden geht. Schauen wir uns die US-Indizes an. Hier sehen wir dieses Gap gestern, dann diese zaghafte Erholung, saftiger Abverkauf. Jetzt der Versuch der Erholung, respektive gestern Abend, plus heute Morgen eine leichte Erholung der Futures von den Tiefs, auf jeden Fall, die wir hier gesehen haben. Ähnliches Bild beim Dow Jones, gestern über 1% auf die Mütze gekriegt, ebenfalls Nasdaq. Hier sehen wir eben doch durchaus sportliche, impulsive Bewegungen. Volatilität wird ansteigen. Das ist sozusagen auch das, was im Westen neu ist. Wir sehen den Euro bei 11.1909, gestern von den Aussagen hier von Brainard profitierend. Grundsätzlich dürfte wohl bis, Mario Draghi sagte, was Sache ist am Donnerstag, nicht allzu viel zu erwarten sein, was die Gemeinschaftsreitung betrifft. Da werden wir wohl keine allzu großen Bewegungen sehen. Bewegungen gab es aber bei Dollar Yen. Wir waren kürzlich noch weit über 110 in Richtung 111 unterwegs. Jetzt sind wir bei 172. Bei Öl ist eine Menge los, auch Anstiege der Crude-Preise, weil viele Raffinerien schon wieder geöffnet haben nach dem Hurricane Harvey. Das ist gut für Öl, weil dann eben diese Raffinerien Crude-Oil nachfragen. Jetzt ist die Situation die, dass ja möglicherweise der nächste fette Hurricane, nämlich Irma, hier die entscheidenden Produktionszentren wird vielleicht treffen können. Jedenfalls projiziert man, dass dieser Sturm am Samstag auf Florida treffen könnte. Das wird eine heiße Kiste. Wir schauen uns mal hier auch die Gasoline-Preise an, also Benzin. Da sind wir noch einigermaßen runtergekommen, eben weil die Raffinerien wieder aufmachen. Wir sehen den Goldpreis bei 1.338 und Silber bei 17,87 Dollar. Zwei neue Entwicklungen, die wohl jetzt auch das Thema der nächsten Wochen sein werden. Jetzt haben wir heute die Situation, dass die US-Politiker zurückkehren. Der US-Senat wird heute beginnen zu tagen. Man wird jetzt erstmal eine Lösung finden müssen für die Harvey-Opfer. Vieles ist ja unversichert, was da kaputt gegangen ist. Man wird eine Lösung finden müssen für den Dead Ceiling, für die Schuldengrenze. Man wird eine Lösung finden müssen für ein neues Budget, für einen neuen Haushalt und, und, und. Da ist viel zu lösen. Und dazu noch die ganze Geschichte mit Nordkorea. Wird eine durchaus unruhige, aber dafür umso interessantere Partie. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in den Tag. Bis dann. Ciao.